Hey Leute, weiter geht's mit Halo. Was ist eine der coolsten Missionen hier? Oh shit. Feuer, Angriff! Oh ja, bitte ich. Da kommt das kleine Geschmuckstück. Wir kennen unser Motto. Wir bringen's. Endlich wieder ein bisschen fahren und ballern. Jawohl, Cortana. Hallo, ihr hässlichen Echsen. Das hat gesessen. Aua. Nächster Freundchen. Habe ich hier oben irgendwas? Oh, er nimmt die und dann haut er da mit. Mein, das Spiel war wirklich seinerzeit voraus, meines Erachtens. Es ist so simpel, aber so gut. Du Mist. Oh. Du magst in der Klasse. Das ist so simpel. Ups. Wir haben's denen gezeigt. Oh, hier ist so cool. Hier bin ich gerne. Das ist so. Das heißt, aus dem ersten Gameplay-Demo. Genauso hab ich dann auch immer gespielt. In der Wand. Ich wette, der schweigende Kartograf ist irgendwo in der Anlage. So. 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 Jetzt ist er tot. Oh oh. Oh oh. Ja. Das ist so praktisch, oder? Gehen wir weiter rein. Den über den hier. So, die park ich jetzt hier weg, weil sonst sind die tot. Und ich glaube, die sind nur tot im bestimmten Bereich, um diesen Dingelsbummens. Ich könnte in die reinparken, aber ich weiß nicht, ob die dann tot sind oder nicht oder so. Ich pack die jetzt mal hier hin. Ich bin aber nicht sicher, ob sie trotzdem sterben. Weil die kommen zu anderen sind, liegen die einfach neben dem Wagen. Ich weiß halt nicht, ob das immer noch so ist, aber... Ja, Halo 1 konnte man ja damals noch für PC spielen. Halo 2 dann nicht mehr. Dann war ich irgendwie angepisst und hab das versucht, irgendwie auf dem PC zum Laufen zu bringen. Aber von Konsole auf PC. Das sieht aus, als wenn du in die Steinzeit gehst. Und dann hab ich's gelassen. Da kannst du einen Emulator benutzen. Das war grässlich. Das war grässlich. Sie dürfen die Türen jetzt schließen. Oh, oh, oh! Oh! Interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass die Allianz die Subsysteme von Halo so gut kennt. Ich hab ihn doch gekillt. Sie haben die Türen verriegelt und wir haben nicht genug Feuerkraft, um durchzukommen. Cortana an Kies. Sprechen Sie, Cortana. Haben Sie das Kontrollzentrum gefunden? Negativ, Captain. Die Allianztruppen hindern uns am Vormarsch. Wir können nicht weiter, solange das Sicherheitssystem der Anlage nicht deaktiviert ist. Verstanden. Wir sind noch immer auf dem Weg zum Ziel. Möglich, dass wir dort keinen Funkkontakt mehr haben. Hier sind Ihre Befehle. Nutzen Sie alle Mittel, um in die Anlage einzudringen. Und finden Sie Helos Kontrollzentrum. Wir müssen zum Zentrum. Und zwar vor der Allianz. Ein Fehlschlag ist nicht akzeptabel. Echo 419 an Bodenteam. Ich bleibe in Stellung und behalte die Allianzler im Auge. Zweiter Trupp abmarschbereit, sobald alle oben sind. LZ sieht sicher aus, Sir. Keine aller Aktivität. Viel Glück, Leute. Gees. Ende. Wir müssen die Sicherheitsüberbrückung finden, um diese Tür zu öffnen. Ja und, äh, ich musste mich nochmal da hin. Dann sterben die erst. So war das. Also, jetzt müssen wir erstmal hier rumfahren und gucken, ob man die Tür aufmachen kann. Scheint so, als ob es einen Pfad zum Inneren der Insel gibt. Wir müssen dich mit dir das. Wir müssen sabern. Los geht's auf der Schirm. Jungs, ihr bleibt hier am Strand. Ich komme nicht wieder. Kein Schnipper, na gut. Hab ich ihn? Oh. Nein! Nein! Master Chief, das war Halo. World Credits. Haha. Haha. Oh. 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 Oh nein, scheiße. Oh. 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 Das sind quasi Würmer. Oh. 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 so jetzt habe ich doppelt aufgenommen war natürlich jetzt genial ok die peilen wenigstens nicht ab von den schilden ich komme gleich wieder ich komme gleich wieder sekunde was ist das denn da nochmal so eine szene cool und tätig geht bestimmt nicht kann ich bestimmt irgendwo anders nochmal angucken ok ok klein dreckigen mistgeigen was ist denn hier los guck mal hier noch mehr oh nein ok 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 ich komme gleich wieder ich komme gleich wieder sekunde das bringt natürlich gar nichts ich komme gleich wieder hin und hier die 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 sind hier auf jeden Fall einfacher zu besiegen als bei anderen Halo-Teilen. Wie Reach zum Beispiel. Da sind wir super unkaputtbar. Das sind quasi Tausende von Würmern zu einem Organismus geformt. Eigentlich die krasseste Spezies. Mit Holo-Konsole das Sicherheitssystem runterfahren. Jetzt müsste sich die Tür öffnen lassen, die zum Hauptschacht führt. Sie sehen so scheiße aus, die Typen. Oh, jetzt haben wir den auf jeden Fall. Jetzt kommen wir wieder zurück. Es ist zu ruhig. Mayday! Mayday! Landungsschiff Bravo 22 unter Feindbeschuss! Wiederhole! Wir sehen uns das schwere Beschuss! Und in Ihren Höhe! Wir sind unterwegs! Ah, toll. Hat er endlich teamkilled? Okay, eng. Dann Landungsschiff ist unter Feuer. Schnell zurück zum War Talk. Ja. Chief, Bravo 22 sollte uns ein paar schwere Waffen bringen. Da wir es mit Jägern zu tun bekommen, dachte ich, sie könnten sie gut gebrauchen. Gehen wir den Strand ab. Halten Sie nach Frachtausschau, die wir bergen können. Ich fahr die einfach alle... Oh! Ohohohoho! Die muss ich mir aufsparen. Kommt her, meine Kinder. Ich glaube, war das da oder woanders. Da sind sie doch. Na, wer will noch einen Warthog? Gibt ja genug hier. So, komm mit, meine kleinen. Boah, jetzt Korb. Da gibt es genug Fahrzeuge für alle. Richtig gut. Ach, scheiß auf die Pagnome. Ah, hier sind wir, okay. Die erste Landezone. Oh, Mann. Wer das gesehen? Oh, scheiße. Können wir die umfahren? Na, Gott sei Dank. Okay, dann machen wir die wieder hier hin. Ah, ich glaube, man wird direkt abgeholt danach. Puh. Hä, 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 hä. Nochmal. Hä, 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 hä. Alter, nochmal. Hä, hä, hä. Hä, 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 hä. Ach, ja. So, wo ist der Typ, den ich eigentlich schon gekillt hatte? Guck, da liegt er. Das ist so eine Maske von den Gnomen, glaube ich. Meine Güte. Das war eine gute Granate, ne? Ja, das war schädlich mit mir gerechnet. Das ist nix, ne? Okay, müssen wir weiter runter. Also. Okay. Oh mein, da ist alles voll davon. Ah, toll. Ich habe auch was. Ihr blöden Säcke. Was ich sehen kann, kann ich ja auch jetzt. Oh oh. Ich hasse die Jäger. Oh, beinahe runtergefallen. Oh oh. Kammer an Boden, Team. Zwei feindliche Landungsschiffe nähern sich Ihnen mit hoher Geschwindigkeit. Verdammt. Okay, Leute. Besuch ist im Anmarsch. Feind bei Kontakt sofort angreifen. Es ist leichter, Sie vom Innern des Komplexes heraus aufzuhalten. Können Sie rein? Wenn wir hier nicht raus sind, bevor Verstärkung kommt, wird es hier sehr eng. Suchen wir diese Karte. Warte mal, jetzt bin ich doch gerade im Kreis gelaufen. Warte mal, warte mal, warte mal. Was ist das? Da, die Holo-Konsole müsste die Karte aktivieren. Analyse. Halos Kontrollzentrum ist hier. Wenn ich die Daten richtig interpretiere, ist dieser Komplex eine Art Tempel oder Schrein. Interessant. Eine derart wichtige Einrichtung wird man wohl kaum in einem Schrein unterbringen. Cortana an Captain Keyes. Mach's gut, mein Freund. Sein Schiff ist wohl aus der Reichweite oder hat technische Probleme. Versuchen Sie es weiter. Melden Sie mir, wenn der Kontakt wieder da ist und teilen Sie ihm mit, dass der Master Chief und ich die Lage des Kontrollzentrums festgestellt haben. Wir werden uns so bald wie möglich dorthin begeben. Verstanden. Fauxhammer Ende. Muss ich jetzt wieder rausgehen oder wie sieht das aus? Ich glaube schon, ne? Ach hier! Tab, guck. So sieht's vorher aus. Versteht ihr? Geil, oder? Guck mal. Da. Das ist cool. Das kann jeder sein. Klassik. Das ist ein Remastered. Ja? Nicht Warcraft Reforged. Blödsinn. Da muss ich mal wieder da hochkommen. Warte, die Musik kann doch nicht einspielen. Ich muss erst da hoch. Dö, 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 dö. Hallo? Dö, 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 dö. Geist drauf. Ach, ich kann nicht hier raus. Mist. 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 Hast du'n Glück? Hast du'n Glück? Oh Gott, jetzt sind die Jäger tot. Ich denke, da sind ne neun Jäger. Äh, nicht gut. Auch nicht gut. Das war's. Dieses, oh, ich hab keinen Entdecken tot. Komm, wir gehen den, wir gehen den Weg hier. Ach, Gott sei Dank. Hier, Granätchen. Noch ein Granätchen. Ich hab' noch. Keinen mehr. Huah. Hu. Nicht gut. Nein Und von unten wieder hochlaufen Den nehmen wir jetzt besser Wir machen welche Granaten Aha Warte mal Warte mal Oh, das funktioniert. Bloß raus hier. Jungs, rettet mich! Die sind tot, leider. Schade, ich dachte sie überleben. Na gut, dann farben sie halt alle tot. Da sind sie doch! Oh, ich habe ein bisschen getrödelt. Oh, shit! Oh, jetzt aber. Penner. Puh! Vorwärts! Vohemmer, hier sind Koordinaten und Flugplan, den ich erarbeitet habe. Äh, Cortana, das sind unterirdische Koordinaten. Die Allianz hat Tiefenscans durchgeführt. Meine Analyse zeigt, dass Halo von Tunnelnetzwerken durchzogen ist, die den ganzen Ring umspannen. Sie haben ja sicher auch unseren Kontostand analysiert. So ein Baby ist nicht billig. Sehen Sie es von der positiven Seite, Vohemmer. Das, was die Allianz am wenigsten erwartet, ist eine Luftlandung. Von unten. Der. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020